Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben. Heute habe ich für euch das Thema Unitas-Zeit des Gehirns. Freizeit, Auszeit unseres Gehirns, unserer wichtigsten Zentrale in unserem Körper. Das heißt der Zentrale, die letztendlich für alles verantwortlich ist. Für Erfolg, für Niederlagen, für das Privatleben, das Glück im Privatleben, das Glück im Business, die Gesundheit. Alles das wird über unsere Zentrale gesteuert, so unser Gehirn. Zwischen 1240 Gramm bis zu 1370 Gramm schwer. Faszinierend, was dieses Teil kann. Es gibt bis jetzt noch keinen Rechner, der annähernd die Leistung hat wie unser Gehirn. Somit ein faszinierendes, organisches Teil, das wir da zwischen den Ohren haben. Und dieses Teil ist natürlich auch ein Gewebe, das man pflegen sollte. Wie der Rest auch. Wie die Haare, wie die Zähne, wie die Körper, die Muskulatur, das endokrine System, die Knochen, die Bänder, die Sehnen. Die Organe gehören gepflegt. Genauso gehört unser Gehirn regelmäßig gepflegt. Und ja, was können wir dafür tun? Ja, gehen wir mal zurück zum Anfang. Zurückspulen. Das Gehirn. Das Gehirn ist ein organischer Anteil in uns, der alles andere, was dran hängt, der wird natürlich von diesem Teil gesteuert. Wenn dieses Teil nicht funktioniert, dann haben wir ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Und der moderne Mensch behandelt dieses System zwischen den Ohren oftmals nicht so, wie er es behandeln sollte. Denn unser Gehirn kann am Tag bis zu 80.000 Gedanken maximal produzieren. Die meisten 60.000, 70.000 Gedanken können wir produzieren. Davon sind auch 8.000 bis 10.000 Gedanken besonders wertvoll. Der restliche Anteil, naja, brauchen wir nicht unbedingt, aber unser Gehirn produziert sie trotzdem. Vielleicht hat es sicherlich einen Grund, beziehungsweise die Natur hat sich dabei was gedacht, dass wir unnötig Gedanken produzieren. Denn ganz ohne Grund macht es die Natur nicht. Das Faszinierende ist aber, dass von diesen restlichen unnötigen 50.000 Gedanken 80% immer die gleichen Gedanken sind. Immer wiederholende Gedanken. Und das ist natürlich super interessant, dass unser Gehirn einfach so Gedanken produzieren kann, ohne dass wir viel dazu beitragen. Und darüber möchte ich heute natürlich auch mal ein bisschen was erklären. Denn unser Gehirn braucht natürlich auch immer mal wieder eine sogenannte Auszeit, eine sogenannte Unitarszeit des Gehirns. Dass das Gehirn sich im Hier und Jetzt befindet, dass wir nicht zu viele Gedanken produzieren, denn den laufenden Tag, am laufenden Tag produzieren wir ständig Gedanken. Unser Gehirn ist nonstop aktiviert. Unser Gehirn kann das, dafür ist es ausgelegt. Nur, inwieweit unser Gehirn das dauerhaft verträgt, das ist die große Frage. Warum? Weil natürlich der moderne Mensch zwischenzeitlich sich mit vielen Dingen konfrontiert, die auch letztendlich nicht mehr artgerecht sind. Das heißt, wir produzieren sehr, sehr viel Gedanken. Davon natürlich auch teilweise Gedanken, die sich überlappen. Wir bearbeiten teilweise unglaublich viele Dinge gleichzeitig. Sogenanntes Multitask des Gehirns. Und das führt dazu, dass immer mehr Menschen mit ihrem Gehirnstoffwechsel, mit ihrem Hormonstoffwechsel, also die Homostase zwischen Aktivierungshormonen, Beruhigungshormonen, Belohnungshormonen, Schlafhormonen, Stresshormonen aus dem Ungleichgewicht gerät. Und für dieses Ungleichgewicht ist nicht, keine Ahnung mehr schuldig, sondern letztendlich sind wir dafür verantwortlich, ob unser Gehirnstoffwechsel weiterhin ausgeglichen bleibt oder ob ein Ungleichgewicht entsteht. Und wie so ein Ungleichgewicht entsteht, das kann ich euch mal kurz erklären. Also wenn wir jetzt mal in unsere Gene gehen, also das menschliche Gen ist noch uralt, das heißt, die rennen immer noch im Wald rum, die haben lange Haare und haben noch Felljacken an und schlagen sich gegenseitig die Keule auf den Kopf. Und der Urzeitmensch, der hat gewisse Arbeitsabläufe jeden Tag. Männer jagen, schlafen, essen, verpflanzen. Frauen sammeln, essen, Kinder aufpassen, Oma aufpassen, verpflanzen. Also einzelne unterschiedliche Funktionen hatten wir. Und jetzt müssen wir überlegen, inwieweit wir zwischenzeitlich mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert sind. Gerade in den letzten 30, 40 Jahren ist extrem viel dazu gekommen. Das heißt, wir können zum Beispiel tagtäglich mit unterschiedlichsten Menschen kommunizieren übers Netz. Wir können telefonieren, wir können skypen, wir können zoomen, wir können Video-WhatsApp-Call. Wir haben teilweise am Tag unglaublich viel Kontakte zu unterschiedlichen Menschen, die ganz unterschiedlich vom Verhalten sind. Zusätzlich gibt es noch viele Plattformen wie YouTube, wie Fernseher, wie Podcast. Also wir haben unglaublich großen Zugriff auf Dinge, die unser Gehirn mehr oder weniger auf ganz unterschiedliche Weise beschäftigen können. Und somit ist die Frage, wie gesund ist das für unser Gehirn? Wie gesund ist es dauerhaft, wenn wir unserem Gehirn keine Ruhephasen geben? Außer der Ruhephase einmal über die Nacht. Ich muss gerade noch kurz die Tür zumachen. Und sage, du kannst weitermachen. Ich mache gerade die Tür zu. So, wir machen mal Licht an. Bin wieder da, bin wieder da. Meine Mitarbeiterin ist gerade, kommt die Susanne. So, und jetzt schauen wir mal rein. Wie gesagt, ich habe euch den Vergleich erklärt, was der Mensch ursprünglich gemacht hat, für was unser Gehirn ausgelegt ist. Unser Gehirn hat sich natürlich entwickelt bis ins 20. 21. Jahrhundert. Momentan ist es aber so, dass unser Gehirn mit ziemlich vielen Dingen beschäftigt ist, mit dem es sich eigentlich nicht unbedingt beschäftigen müsste. Und somit ist unser Gehirn den ganzen Tag hochaktiv. Es hat relativ wenig Ruhephasen. Und auf was ich heute raus möchte, ist, dass wir uns bewusst Ruhephasen nehmen. Bewusste Versorgung, eine Auszeit zu haben, eine Unitaszeit des Gehirns. Sei es ein geiles Hobby, was uns in den Flow bringt, dass wir komplett abgelenkt sind. Sei es Atemübungen. Sei es autogenes Training. Sei es schöne Musik hören. Sei es einfach auch mal die Seele baumeln lassen. Und eben sich nicht um 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dinge gleichzeitig zu kümmern. Das ist das, was ich heute euch erklären möchte. Ich habe gerade eben schon erwähnt, dass in den letzten 30, 40 Jahren extrem viel dazugekommen ist. Das heißt, seit es den Computer gibt, geht natürlich die Aufmerksamkeitsspanne, beziehungsweise für was wir alles Aufmerksamkeit benötigen, geht nach oben. Und somit ist aber so, dass auch parallel dazu die Aufmerksamkeitsspanne auf einzelne Dinge, der Fokus verloren geht bei vielen Menschen. Viele Menschen können sich nicht länger wie 10, 15 Minuten auf eine Sache konzentrieren und schon wieder sind sie bei der nächsten Sache. Lachen sie ablenken. Und genau das ist die große Herausforderung zwischenzeitlich, außer den Körper fit zu halten, über Bewegung, über Ernährung, natürlich auch den Geist fit zu halten. Und den Geist nicht fit zu halten, den man ja hochkomplizierte und komplexe Rechenaufgaben auch machen kann. Auch dafür gibt es Apps. Das heißt, Zeiten, in denen unser Gehirn sich um nichts kümmert. Am besten um gar nichts gedankenfrei zu halten. Und wenn ihr jetzt gerade zuschaut und euch schon mal mit dem Thema Meditation auseinandergesetzt habt, dann wisst ihr, das Gehirn gedankenfrei zu halten ist unglaublich schwer. Das ist Masterclass. Wenn ihr nach Asien geht und ein buddhistisches Kloster und da Mönche fragt, die das jeden Tag mehrere Stunden machen, ab wann man sich als Meditationsmeister bezeichnen kann, darf, dann sagen die meisten im Durchschnitt nach 30 Jahren. Und die meditieren aber bitte jeden Tag. Die haben kein Handy, die haben keine Ablenkung, sondern die machen das jeden Tag als Aufgabe. Stundenlang nichts zu denken, zu üben, nichts zu denken, im Hier und Jetzt zu sein. Da wir eben es nicht stundenlang können, weil wir in Europa wohnen, weil jeder natürlich eine Familie hat, jeder hat eine Arbeit, wo er auch natürlich Leistung abliefern sollte, damit er sein nötiges Kleingeld hat zum Leben, gibt es für uns natürlich eine andere Möglichkeit oder andere Möglichkeiten, unser Gehirn für eine Zeit lang in den Stand-by-Modus zu nehmen. Wie schon erwähnt, Meditation, Atemübung, autogenes Training, schöne Musik hören, tolles Hobby, wo wir nur noch auf eine Sache fokussiert sind, schon mal einen Einstieg in das Ganze. Noch besser ist, wenn man eine Methode gefunden hat, um sein Gehirn zu beruhigen. Ich persönlich beschäftige mich seit über vier Jahren schon mit diesem Thema, mit dem Thema Ruhephasen, zwischendurch geistige Ruhephasen, zwischendurch mal nichts zu denken. Und ich habe dafür, für mich persönlich, ein Gerät gefunden, nicht das Handy, sondern das hier. Das hier ist eine Herzvariabilitätenmessung, zulassen. So, ich gehe jetzt her, stecke das Teil hier ins Ohr rein, mache hier die Zugentlastung ran. So, und jetzt habe ich hier, ich hoffe, dass ihr das sehen könnt, jetzt habe ich hier mein Handy und habe eine App drauf. Hier oben, an meinem Ohr, wird mein Herzschlag, mein Puls gemessen. Und dieses Gerät misst, wie rhythmisch mein Herz schlägt. Die Herzvariabilitätenmessung ist folgendes. Das Herz schlägt zum Beispiel jetzt in der Ruhe, wo ich hier sitze, ungefähr 60, 65 Mal. Und von einem Herzschlag zum anderen Herzschlag vergeht eine Zeit in Form von, vielleicht nicht ganz oder ein bisschen mehr wie eine Sekunde, mal ein bisschen weniger wie eine Sekunde, aber nie in der Regel die exakte Zeit, sondern es besteht dabei eine kleine Variabilität. Und diese Herzvariabilität ist ein Rückschluss darauf, wie entspannt und nicht entspannt wir sind. Und das kann das Gerät natürlich messen. Und ich zeige euch jetzt mal so eine Messung von Anfang. Ich habe jetzt schon auf dem Gerät 624 Messungen. Oh, meine Nase beißt. Und habe aber zu Hause noch einen Festanschluss an den Rechner. Da sind die übers Handy. Ich bin schon zwischenzeitlich über 1000 Sitzungen innerhalb von einem Jahr. Und jetzt zeige ich euch einfach mal so eine anfängliche Messung. Wann war die? Die war, na, das war falsch. Doch, das ist sie schon. Das ist eine anfängliche Messung. Die war am 25. Januar 2019. Das war jetzt nicht am Anfang, wo ich angefangen habe, speziell nach der Methode zu meditieren. Und da seht ihr natürlich unten, seht ihr natürlich diese krassen Zacken. Und hier oben seht ihr, dass ich relativ wenig im Grün war. Im Rot, im Blau, oben im Grün. Und das ist Leistungsstufe. Hier oben sieht man das Leistungsstufe 2. Das war also noch ganz am Anfang. Und somit hatte ich eine durchschnittliche Herzkohärenz. Hier oben 1,8. Das ist nicht besonders gut. Nicht besonders hoch, aber für den Einstieg ganz gut. So, und unten, anhand dieser zackigen Linien da unten, seht ihr, dass das natürlich nicht unbedingt harmonisch aussieht. Und jetzt zeige ich euch mal meine heutige Sitzung. Die heute, habe ich schon heute eine gemacht. Nein, gestern habe ich eine Sitzung gemacht. Und jetzt zeige ich euch mal die gestrige Sitzung. So, jetzt bin ich hier oben auf Leistungsstufe 4. Hier, ich habe eine Kohärenz von 6,0. Anfänglich baue ich bei 1 bis 1,2. Ihr seht, ich bin da ziemlich oft im Grün. Und das mit Leistungsstufe 4. 52% im grünen Bereich. 42% im blauen Bereich. Und 6% im roten Bereich. Das ist schon richtig gut. Und wenn ihr hier unten ranschaut, dann seht ihr hier unten, die Linien sind natürlich nicht mehr diese kurzen, zackigen Linien, sondern schöne Schwingungen. Ja, das ist dann, wenn man sowas regelmäßig übt. Regelmäßig übt. Einen Tag mache ich zwei bis drei Einheiten zwischen 5, 10 und 15 Minuten. Meistens morgen eine Einheit mit 5. Mittags eine Einheit mit 5 bis 10. Und abends definitiv eine Einheit von 10 bis 15 Minuten. Das ist mein Investment in meine geistige Fitness, in die Erholungsfähigkeit meines Gehirns. Warum mache ich das? Schaut mal, unser Gehirn neigt dazu, ständig Gedanken zu produzieren. Und diesen Gedankenfluss einmal zu unterbrechen, ist die Herausforderung, den Gedanken natürlich, dem Gehirn einmal Ruhe zu gönnen. Warum? Wir würden unseren Bizep, unseren Trizep, unsere Bust nicht ständig trainieren. Das würde irgendwann auch wehtun. Das würde irgendwann auch immer schmerzhaft werden. Und genau aus diesem Grund braucht natürlich unsere Muskulatur zum Beispiel auch Ruhephasen. Natürlich häufiger Ruhephasen in unserem Gehirn, weil unser Gehirn funktioniert etwas anders. Aber unser Gehirn, auch unser Gehirn, benötigt zwischendurch Auszeiten, um sich wieder zu regenerieren, um seine volle Leistungsfähigkeit zu entfalten und dafür zu sorgen, dass keine unserer Hormone, die natürlich auch über die Drüsen, die Millibärchen Teilübungen, über das Gehirn produziert werden bzw. angetriggert werden, dass die nicht aus dem Gleichgewicht geraten. Wir haben zum Beispiel ein Aktivierungshormon, das ist das Adrenalin und No-Adrenalin. Das sind Fluchtenschutzhormone. Über die Nebenniererinde wird das gebildet in gewissen Situationen. Früher natürlich beim Urzeitmenschen, dann, wenn eine Gefahrensituation geherrscht hat. Ah, ein Söbel, Löbel, Löbel, Löbel. Ein Säbel, Zahntiger kam ums Eck, macht eine lange Zähne und ein Urzeitmensch, oh, alles klar und tschüss, auf den Baum hoch. Fluchtinstinkt, Vollgas, dadurch werden alle Systeme aktiviert, wir werden reaktionsfähiger, wir sind schneller, unser Körper wird vollgepumpt mit diesen Hormonen, was uns natürlich auch viel mehr Kraft, viel mehr Sprint, viel mehr Flexibilität verlangt und schwuppdiwupp sind wir oben auf dem Baum. So, und oben auf dem Baum sitzend, hat sich natürlich dieser Fluchtenschutzhormonspiegel, Adrenalin, No-Adrenalin gesenkt und gleichzeitig ist dann auch das Stresshormon, das Cortisol, natürlich wieder runtergegangen. So, dann haben wir oben zwei, drei Stunden gesessen, konnten nicht weg und mussten uns entspannen, hatten danach eine gleichmäßige Atmung, weil der Säbelzahntiger war unten, du warst oben, er kann nicht hoch, okay, und irgendwann war es ein langweiliger, dann ist er weggelaufen, okay, wir hatten uns beruhigt. Und so kam der Urzeitmensch, unser Urzeitgehirn, unsere Urzeitstruktur, ja, mehrmals, vielleicht zwei, drei Mal in der Woche, genau in diese Situation. Heutzutage ist es so, dass wir die Situation sehr oft haben. Gerade wir Männer sind natürlich immer durch unseren Beruf, auch Frauen zwischenzeitlich, durch unseren Beruf immer wieder unter Strom, wir haben immer wieder solche Szenarien, solche Stress-Szenarien, und diese Stress-Szenarien führen dazu, dass wir ganz oft Adrenalin und Noradrenalin produzieren, die gehen nach oben, aber wir bleiben noch am Stuhl sitzen, wir können nicht flüchten. Unser Adrenalinspiegel senkt sich nicht, und was passiert? Unser Stresshormonspiegel bleibt auch oben, und zwar mehrere Stunden, und dadurch entsteht ein Ungleichgewicht zwischen Aktivierungshormonen und zwischen Entspannungshormonen. Aktivierung, das ist einmal Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, Stresshormon, und hier haben wir dann Dopamin, wir haben Serotonin, Schlafhormon, und die geraten ins Ungleichgewicht. Und somit können natürlich ganz viele Dinge passieren, die uns nicht gut tun, die uns nicht wohlfühlen lassen, und immer mehr Menschen leiden genau unter diesen Symptomen, und mit dieser Art von Entspannung habe ich für mich einen guten Weg gefunden, diesen Stressszenarien nicht zu entgehen, aber mit diesen Stressszenarien so zu leben, dass es mir dabei gut geht. Und ihr habt vorher gesehen, da waren Phasen drin mit Rot, also gerade diese rote Phase ist natürlich immer die Stressphase, das ist da, wenn es richtig zur Sache geht. Und ich messe natürlich, ich mache all solche Messungen natürlich auch während der Arbeit, habe ich schon gemacht, ich habe da schon solche Messungen gemacht. Währenddessen, wenn ich bei dir Kräuter auf der Bühne auftrete, vor 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 Leuten, habe ich das schon gemessen, um zu gucken, wie reagiert eigentlich mein Körper. Und faszinierend ist natürlich, dass unser Gehirn mit unserem Herzen verbunden ist. Denn dann, wenn Stress entsteht, entsteht ja kein Stress im Herz, sondern Stress entsteht ja in unserem Gehirn. Unser Gehirn reagiert ja auf das, was gerade passiert. Und unser Gehirn hat eine Verbindung zum Herz. Und das Herz zeigt ganz genau, wie es unserem Gehirn geht. Unser Herz zeigt ganz genau anhand dieser Messung, wie gut geht es uns, wie entspannt sind wir, wie verspannt sind wir, wie unausgeglichen sind wir. Das zeigt diese Wertung. Und wir sind ganz oft, den Tagsüber, sehr oft im roten Bereich. In diesem roten Stressbereich. Das bedeutet aber nicht, dass dieser rote Stressbereich uns unmittelbar umbringt, sondern es bedeutet, dass wir dafür, für diesen roten Stressbereich, immer wieder ganz bewusst Ruhephasen suchen sollten. Und genau das ist das, was man mit dieser Art von Training praktiziert, was ich mit dieser Art von Training praktiziere. Und was ich auch jedem meiner Coaching zu mir in Beratung kommt, empfehle. Ich habe Coaches, die kommen eben aus der Führungsebene. Das sind Chefs, das sind Firmeninhaber, das sind Abteilungsleiter, das sind Entscheider. Und die haben natürlich den ganzen Tag immer wieder unterschiedlich starke Stressszenarien. Und hier haben wir eine Möglichkeit, dass diese Stressszenarien kompensiert werden. Dass diese Menschen zwischendurch eine Auszeit finden, um ihren Gehirnstoffwechsel wieder auszugleichen, um Entspannung zu suchen. Und das ist tatsächlich genau dieses Herz-Valibilitätentraining, was ich mache. Man kann das auch durch Meditation machen, geführte Meditation, da gibt es ganz viele Apps dazu. Man kann das auch durch autogenes Training machen. Man kann das durch Atemübungen machen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wichtig ist, dass man die Möglichkeit nutzt. Jetzt wird es ganz spannend für alle draußen sagen, um Himmels Willen, Andreas, ich habe dafür überhaupt keine Zeit. Denn ich habe keine Zeit, eine Stunde ins Eck zu sitzen. Das muss man nicht eine ganze Stunde machen. Das sind fünf Minuten. Sechs Minuten, sieben Minuten. Auch mal zehn Minuten. Abends mal 15 Minuten. Morgens mache ich fünf, mittags fünf bis zehn, abends zehn bis 15. Das ist mein Einsatz in meine geistliche Gesundheit. Das ist mein Einsatz in meine psychische Gesundheit. Denn da draußen ist es momentan so, dass gerade in Mitteleuropa, in Deutschland, in England, in Frankreich, in Italien, immer mehr Menschen gibt, die unter psychischen Erkrankungen leiden. Burnout, Depressionen, Überlastungen, Stresssituationen, Unruhegefühle, ganz viele Sachen, Herzrhythmusstörungen, Herzvariabilitäten, die völlig durcheinander sind, Schlafstörungen. Und all diese Dinge sind zu größten Anteilen darauf zurückzuführen, dass diese Menschen einfach keine Ruhe mehr finden. Körperliche Ruhe ja noch, aber keine geistliche Ruhe. Denn wenn wir uns hinsetzen, nichts tun, dann ist ja zumindest mal der Körper entspannt. Aber der Geist ist immer noch hochaktiv. Der Geist wälzt Probleme, grübelt ständig, überlegt ständig. Und dieses ständige Grübeln, dieses ständige, hochaktive Verhalten in unserem Gehirn sorgt dafür, dass wir keine Ruhephasen mehr finden. Und wenn wir keine Ruhephasen mehr finden, keine geistigen Ruhen aus Phasen mehr finden, dann gerät dieses Hormonsystem unter anderem aus der gleichen Gleichgewicht. Und das wiederum führt langfristig Gesundheitsprobleme zu Herzrhythmusstörungen. Das kann auch zum Herzinfarkt führen. Es gibt ganz viele Auslöser, wie zum Beispiel Bluthochdruck, was auch psychisch bedingt sein kann. Und genau um diesen Dingen vorzubeugen, um dabei präventiv vorzubeugen, mache ich genau das, was ich euch sage und biete auch all meinen Coaches, biete ich das an und bei jedem Coach, zumindest bei 90%, ist es tatsächlich so, dass hier ein Riesenbedarf da ist. Außer dem Bedarf, die Ernährung neu und gesund zu strukturieren. Außer dem Bedarf, sich wieder intensiv und regelmäßig drei Mal der Woche zu bewegen. Außer dem Bedarf, dass man mal wieder mindestens sieben Stunden schläft, haben ganz viele einen ganz, ganz hohen Bedarf in diesen Bereich, Ruhezeiten reinzubekommen. Gehirn-Unitas-Zeiten. Sich wieder raus aus dem Stressfandel, raus aus diesem, ja, aus diesem Ungetüm von Unruhe rauszunehmen. Präventiv dafür zu sorgen, dass unser Gehirn mehrmals am Tag Ruhezeiten hat. Und das werde ich jetzt gleich machen, indem ich hier, das ist angeschlossen, mein Gerät ist auch angeschlossen, so, jetzt muss ich nur noch schack, schack, entfernen, so, und jetzt muss ich nur noch hier oben drauf gehen, Sitzung, so, und anschalten. Dann habe ich in einen sogenannten Atemtrainer eingeschaltet, ich zeige es euch gleich. Und dieser Atemtrainer, der zeigt mir, wie schnell ein Ball von rechts nach links geht, hier anhält und wieder nach rechts geht. Und das sind diese Phasen, in diesen Phasen atme ich mit, genau in dieser Länge in der Atmung, die ich eingestellt habe, kann man am Gerät einstellen. Und in dem Moment, wo ich mich dann beruhige, auf meinem Atem konzentriere, fängt das Herz an, wieder in einem schönen Tag zu schlagen. Ich zeige euch jetzt mal was, in dem Moment, wo ich rede, nur das Reden alleine, nur das Reden alleine, sorgt dafür, dass die Herzvariabilität nicht besonders harmonisch ist, das seht ihr jetzt hier oben, an dem Weißen hier oben, das seht ihr, da ist die Linie wieder zackig, ziemlich unruhig, okay? Das kommt daher, weil ich mich jetzt gerade auf die Kamera konzentriere und mich nicht auf meinen Atem konzentriere. Schon bin ich im roten Bereich. So, und jetzt werde ich mich konzentrieren, und jetzt werde ich mich konzentrieren. und jetzt werde ich mich konzentrieren, weil ich mich konzentriere, Und schon bin ich im grünen Bereich. Gleich komme ich wieder in den roten Bereich, weil ich wieder rede. Habt ihr gesehen, wie schnell das geht? Ja, ich bin im grünen Bereich. Hier oben im grünen Bereich, schöne gleichmäßige Kurve, weil ich mich auf das Hier und Jetzt konzentriert habe. Ich bin jetzt im Hier und Jetzt. Wenn ich auf meine Atmung achte, auf die Tiefe meiner Atmung. Jetzt befinde ich mich wieder im grünen Bereich. Gleichzeitig komme ich wieder in den grünen Bereich. Schaut mal hier. Da war ich im grünen Bereich. Seht ihr das? Da war ich im grünen Bereich. Ich hoffe, dass ihr das seht. Da war ich im grünen Bereich. Da habe ich mit euch gesprochen und schon ist es runter und es ist ganz unruhig geworden. Und kaum haben wir wieder angefangen, ruhig zu atmen, schon bin ich wieder in den grünen Bereich gekommen. Ihr seht, allein das Reden, wenn man Kundengespräche hat, Telefonate führt, Sitzungen hat, befinden wir uns den ganzen Tag im roten Bereich. Das bringt uns nicht um. Wir sollten aber dafür sorgen, dass wir immer wieder für Augenblicke, für Minuten im grünen Bereich bewusst bleiben. Denn im grünen Bereich sind wir in der Homostase, im Gleichgewicht, im Wohlbefinden, im Flow. Und das können wir selber praktizieren. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen das präventiv, indem wir uns mit solchen Dingen beschäftigen. Oder man trinkt abends eine Flasche Wein, um entspannt zu werden. Wobei das Wein trinken, um runterzukommen, nicht die beste Idee ist. Denn aus einem Glas werden zwei Gläser, aus zwei Gläser werden drei Gläser und dann wird eine Flasche draus. Da gibt es ganz viele Menschen, die im Business-Bereich darunter leiden. Das Gleiche gilt auch für andere Drogen, wo Menschen brauchen, überhaupt noch in den Flow zu kommen, überhaupt noch in diese Entspannungsphase zu kommen. Das macht definitiv keinen Sinn. Deswegen können wir präventiv bewusst da reingehen. Und das ist tatsächlich unsere Herausforderung. Ich schalte jetzt mal hier aus, denn wenn ich rede, macht es keinen großen Sinn. Macht es keinen großen Sinn, das zu machen. Ich werde es nachher machen mit der zehn Minuten von meinem nächsten Termin. Ich habe noch einen Besprechungstermin, beispielsweise vier Termine heute noch. Da werde ich nachher noch mal präventiv wieder in die Entspannung gehen. Ich könnte in der Zeit auch was anderes machen. Ich könnte auch in der Zeit arbeiten. Das ist richtig. Nur weiß ich, dass wenn ich weiterhin daran arbeite, dass mein Geist auch wieder immer wieder dazwischen durch Ruhephasen findet, wenn ich dafür sorge, durch den Ausgleich zwischen Anspannung und Anzwaschen, zwischen Yin und Yang, zwischen Sympathikus und Parasympathikus, das sind zwei Nerven, die sich gegenseitig austarieren. Wenn ich das regelmäßig hinbekomme, dann bleibe ich langzeitig bis ins hohe Alter sehr, sehr leistungsfähig, geistig ganz klar, geistig ganz aktiv und kann eben einfach abliefern, dann wenn ich möchte und kann meine Leistung über mein Gehirn abrufen und zwar maximal. Deswegen soll es immer so sein, dass es einen Ausgleich gibt zwischen Körper und Geist. Viele zu mir kommen, die haben natürlich suchenden körperlichen Ausgleich, weil sie sich zu wenig bewegen, sich zu wenig mobilisieren. Für die gesunde Ernährung sorgen sie auch, wenn sie zu mir kommen, weil wir zusammen eine Beratung haben. Aber ganz oft kommt genau dieser Part viel zu kurz. Dieser Part, dem Gehirn eine Auszeit zu gönnen. Das Gehirn eine Zeit lang ohne Task arbeiten zu lassen. Also ihr Lieben da draußen, das was ich euch jetzt erzählt habe, ist ein super wertvoller Tipp. Ob ihr meditiert in dieser Form, Herzvariabilitätenmessung, ich werde euch dazu einen Link liefern. Das ist nämlich einmal das Gerät hier, wo man sich bestellen kann. Die App gibt es dann kostenfrei im App Store. Oder ob man sich mit schöner Musik, durch Naturgeräusche, durch Geblätschere von Wasser, durch Vögelgezwitscher oder durch Windgeräusche, sich runterbindt, sich entspannt oder ob man sich hinlegt, autogenes Training macht. Oder nur Atemübungen, das jedem selber überlassen. Dieses Teil fände ich besonders genial, weil ich sofort sehe, dass das, was ich tue, auch einen Sinn macht. Ich hatte davor schon oft meditiert, aber ich wusste nie genau, passt es jetzt, passt es nicht. Ich bin oft auch beim Meditieren eingeschlafen, das ist keine Meditation. Hier schlafe ich nicht ein. Ich habe einen direkten Feedback über das, was ich tue, ob es richtig ist oder falsch ist, ob das, was ich tue, auch Sinn macht. Da hat man verschiedene Leistungsstufen drin. Sieht nach an den Leistungsstufen. Ich war anfänglich bei 1, dann bei 2, bei 3. Jetzt bin ich seit 8 Wochen bei der höchsten Leistungsstufe. Und was hat sich jetzt für mich in dieser Zeit Gernis im Jahr? Aber es hat sich geändert, dass ich wesentlich ruhiger bin, dass immer dann, wenn es stressig wird, immer dann, wenn viel Arbeit kommt, komme ich natürlich auch mal in diesen Stressfunnel, fühle mich dann unwohl, merke diese Spüre, diese innere Unruhe, spüre das auch in meiner Stimmfarbe, merke das an meiner Mimikgestik, an meinem Charisma. Zack. Und schon schaffe ich das, innerhalb von relativ kurzer Zeit, automatisch, intuitiv, ohne übernachzudenken. Auch ohne das Gerät angeschlossen ist, spüre ich, jetzt brauchst du Ruhe. Und dann fange ich an, 1, 2 Minuten gleichzeitig, gleichmäßig zu atmen. Wenn ich hier Gespräche habe, ich habe eine Person gegenüber, die ziemlich viel Unruhe mitbringt, kann ich, spüre ich das zwischendurch, dass die Unruhe von der Person auf mich spiegelt. Das macht sich in meiner Herzvariabilitäten-Messung bemerkbar, habe ich auch schon ausgetestet, weil ich habe Leute da, die sind ziemlich impulsiv, die sind ziemlich unruhig. Das ist sofort spürbar. Er kommt, spiegelt es zu mir rüber, ich habe sofort die Messdaten und sehe, aha, da ist richtig viel Unruhe drin. Was tue ich? Ich fange an, intuitiv ruhiger zu atmen. Mich zu beruhigen. Und was passiert? Der Gegenüber wird auch ruhiger. Was passiert? Mir geht es besser, ihm geht es besser. Wir haben eine ganz ruhige Gesprächsbasis. Das Gespräch ist viel klarer, viel fokussierter. Es ist keine Unruhe im Gespräch. Es tut mir gut, es tut ihm gut. Und immer dann, wenn ich spüre, drüben ist jemand, der unruhig ist, werde ich automatisch ruhiger. Denn meine Ruhe spiegelt sich zum Gegenüber, weil wir uns immer gegenseitig spiegeln. Wenn ich hektisch bin, wird er auch hektisch. Sehr hektisch, werde ich noch hektischer. Das ist völlig normal. Wenn ich aber bewusst sage, oh, okay, alles klar, ruhig bleiben. Das Gleiche gilt am Telefon. Man hat einen Kunden, der ist ziemlich aufgeregt. Man hat vielleicht auch mal eine Beschwerde. Dann gehe ich ins Telefon. Der Kunde ist unglaublich aufgeregt. Was mache ich? Ich bin auch unglaublich aufgeregt. Was war, der Kunde wird noch aufgeregter. Deswegen bin ich dann sofort, okay, ich bin entspannt. Ganz entspannt, ganz ruhig. Tief atmen, gleichmäßig atmen. Passiert intuitiv. Ich muss gar nicht darüber nachdenken. Und schon bin ich im Entspannungsmodus. Und schon habe ich einen viel harmonischen Gesprächsablauf und fühle mich wohl. Das ist nur eins dessen, was ich zwischenzeitlich spüre. Auch wenn ich jetzt Auftritte mache, vor vielen Menschen, vor bis zu 10.000 Menschen, meditiere ich vorher 5 Minuten, 10 Minuten, gehe dann mit einer ganz großen Gelassenheit raus auf die Bühne, vor so vielen Menschen und habe innerlich eine tolle Ruhe, eine tolle Stärke, bin kaum noch nervös. Und wenn man nicht mehr kaum noch nervös ist, dann gibt es eine gewisse Grundnervosität, ist da, die muss auch sein, aber nicht überdreht, nicht übermäßig nervös. Fühlt sich das mega an, herrlich an. Und dadurch, dass ich es jeden Abend mache, bevor ich ins Bett gehe, habe ich ein super schönes Einschlafritual. Ein Einschlafritual, das dafür sorgt, dass ich schnell in einen tiefen Schlaf komme. Und natürlich auch nachts komplett durchschlafe, wobei ich immer bis jetzt gut geschlafe, selten, dass ich mal nicht gut schlafe. Aber genau diese Herangehensweise hat bei mir ziemlich viel Ruhe reingebracht. Und somit habe ich natürlich auch zwischenzeitlich diese schönen Schwingungen in der Herzvariabilität. Und diese schönen Schwingungen tun natürlich auch meinem Herz gut und meinem Gehirn. Die sind ja verbunden miteinander. Das Gehirn ist mit dem Herz verbunden, das Gehirn ist mit dem Darm verbunden. Wir haben alle eine Verbindung miteinander. Und deswegen ist es gut, wenn wir das Hirn trainieren, beruhigen wir das Herz. Wenn wir das Gehirn trainieren, beruhigen wir unseren Darm. Wenn wir das Gehirn trainieren, beruhigen wir unseren Blutdruck. Ganz, ganz einfach. Wirklich super spannende Sache. Freunde, wirklich eine super spannende Sache. Und ich kann euch garantieren, wenn ihr euch mit diesem Thema beschäftigt und das regelmäßig macht, nicht mit einer Forderung, dass nach zwei bis drei Wochen ihr, oh wow, alles wunderbar ist, sondern ihr braucht eine Zeit lang dazu. So ist es gleich beim Bizep oder Brustmuskulatur oder beim Ausdauer. Ihr braucht einfach gewisse Grundzeitentraining. Da kann ich euch garantieren, dass da Dinge entstehen, das könnt ihr euch noch gar nicht vorstellen. Diese innere Ruhe, diese innere Stärke, diese Gelassenheit, die ist sensationell. Sensationell. So, lasst mich überlegen. Ich glaube, ich habe zum Thema alles gesagt. Ich werde euch einen Link drunter setzen. Der führt euch zum Hersteller, beziehungsweise zu Amazon. Da könnt ihr das Ding bestellen. Da ist ein kleines Büchlein mit dabei. Das ist nicht groß. Da kann man es lernen. Das kann man relativ schnell. Das ging innerhalb von einem Stunde, eineinhalb Stunden, wusste ich, wie das Gerät funktioniert. Und dann heißt es letztendlich nur noch regelmäßig üben. Gerade in der Anfangszeit, in den ersten sechs, acht Wochen, würde ich mir persönlich Termine machen. Also wirklich feste Termine, wann ich es mache. Denn erst nach sechs bis acht Wochen, wenn wir das regelmäßig gemacht haben und empfinden, wie gut es uns tut, kann es zur Routine werden. Und wenn es zur Routine wird, dann treffen wir keine Entscheidung mehr, es zu tun. Wir tun es einfach. Deswegen auch wieder für euch jetzt, Freunde, gilt wieder die 72-Stunden-Regel. Wenn ihr euch öfters mal unruhig fühlt, wenn ihr nicht gut ins Schlafen kommt, wenn ihr unkonzentriert seid, wenn ihr merkt, dass ihr eine ganz tiefe Unruhe habt in euch und öfters mal Ruhe sucht, wenn ihr sie nicht findet, dann kann ich euch diese Trainingsmethode, dieses meditative Training, unterstützt euch eine visuelle Mandala durch einen Atemtrainer, empfehlen. Ihr bekommt einen direkten Feedback, ob das, was ihr tut, ob das auch funktioniert. Und wenn ihr dann ein wenig durchhaltet, sechs, acht Wochen, zweimal bis dreimal am Tag, 15 bis maximal 15 Minuten, dann könnte es sein, dass es für euch ein riesen Lebensluxus wird. Ein unverzichtbarer Lebensluxus, 100 Prozent, denn für mich ist es unverzichtbar. Meine Frau sagt, dann musst du das jetzt schon wieder machen. Dann sage ich, ja, das ist Pflicht, das brauche ich. Denn ich mache es auch mal zwischendurch, egal wo, setze ich mich hin, sei es im Urlaub, sei es im Auto und mache das für mich 5 Minuten, 10 Minuten nach, bin ich wieder frisch, wach, hellwach und kann wieder fokussiert weiterarbeiten. Gut, abschließend. Wenn ihr jetzt sagt, ja, es ist tatsächlich so, dass ich ganz großen Bedarf habe, da was zu ändern, ich brauche diese Ruhe, dann gilt die 72 Stunden Regel, die goldene Regel für den Erfolg. Wenn du Bedarf hast, dann solltest du jetzt in den nächsten 72 Stunden ins Tun kommen, ins Handteil kommen und die ersten Schritte einleiten, zum Beispiel das Gerät bestellen, zum Beispiel dir schon mal an deinen Terminplaner setzen und gucken, wann wirst du das tun, morgens, mittags, abends, wann werden deine Zeiten sein, wo du dir das gönnst. Das sind die ersten Schritte. Und die ersten Schritte, ins Tun zu kommen, ist die Grundvoraussetzung für langfristigen Erfolg. Und dabei wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Das war jetzt mal ein richtig langer Video, aber das Thema war wichtig, ist wichtig, denn das ist die Herausforderung für viele Menschen in Industrieländern, sich damit zu beschäftigen, um eben nicht irgendwann mal bei der Psychopharmaka zu landen, nicht irgendwann mal in der Klappse zu landen, nicht irgendwann mal in Burnout-Kliniken zu landen. Das ist die ganz große Herausforderung. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß und wenn ihr dazu Fragen habt, dann geht einfach unten in die Bemerkung rein, die Show Notes, fragt mich, ich gebe euch gerne die Antwort dazu. Dankeschön.